gromaterial so ein heiltrank ein Brot die wir nicht haben so und ein bisschen Eisen ja verkaufen ich habe 169 ok herstellen kann keiner von euch da waren wir klar gewesen Belegschau Gäste Profit Minus 7 Zufrieden aber der Profit ist scheiße ja aber ist ein bisschen schwierig 13 19 20 21 22 21 22 23 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 26 25 25 25 27 28 25 25 25 25 25 25 26 26 25 glaube ich ich verkaufe nur das hier die beiden sachen nur nur zwei a um habe ich jetzt kein geld mehr oder was ich würde gerne noch ein tisch kaufen bankett tafel kaufen nächste ausrüstung das könnte ich kaufen ich geld hätte aber ich werde das hier kaufen ermöglicht der taverne vier gäste da wären in der taverne platziert 1 da kann ich nichts kaufen kostet mich auch das könnte ich machen die und habe ich hätte nur eins über obwohl erfolgen ach so da war ich 100 für eine laute das war heute noch mehr für 300 brauche ich dafür habe ich aber nicht aber erst mal 13 ist nicht wirklich viel dafür werden laute da ist noch eine fackel 50 habe ich auch nicht die frage ist ein baumodus reingehe jetzt hier ja das reicht mich ein weniger einstellen würde ich frage hallo willkommen also wir krachen ist ja was los hier ist ein paar leute da also ein paar sind da und vielleicht hallo ist ein bisschen aus und dann gehen wir wieder auf reise so war aber noch verlust ne so viel wie vorher ich mache nur fünf verlust aber ich mache noch verlust hallo 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 Ich müsste eigentlich zur Schmiede gehende Angel kaufen, damit ich ein bisschen Fisch fangen kann und verkaufen kann eigentlich. Mal gucken. Ich habe wieder aufgeladen. Holz und Essen als Suppe. Ich glaube der ist nur begrenzt hier anteilig. Auch keine Gegner großartig hier. Ich habe einen Gegner am Anfang gehabt und dann kein Gegner mehr. Das ist komisch, komisch. Wie wollen wir denn über 13 Euro bei Fire abmachen? Das muss morgen ja früh raus. Aber hallo, willkommen. Schön, dass du da bist. Hi, see you. Die wäre nicht schlecht, ne? Ich könnte auch einen Tipp einstellen. Ne, kann ich nicht. Ich habe noch... ... 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 Hm. Hier! Das war's für heute. naja doch wieder gegriffen erledigen kittin anderes Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe nichts zu geben, aber Sie können... Ich habe nichts zu geben, aber Sie können... Ich habe gehört, was meine Frau gesagt hat. Sie ist richtig. So sei es. Kannst du unter Ihnen leben. Ich habe ja Geld gerettet oder geheilt. Ich habe ein bisschen dabei, aber es kostet alles Geld. Das habe ich ja nicht. Ich muss zurück auf das Verkauf ein bisschen. Mal schauen. Langer Weg. Ich habe ein bisschen Leder gesammelt. Sehr schön. Aber ich muss aber Geld verdienen mehr. Ich weiß nicht wie. Aber nur muss ich Geld verdienen. Hier kann ich auch nichts holen, ne? Ne. Langer habe ich auch keine. Okay, ich muss einkaufen, aber ich habe kein Geld für einkaufen. Die Sache ist ja die. Ich kann nicht zu weit laufen, weil ich hier viel Ausdauer habe. Ich muss noch ein bisschen verheiratet machen. Die Frage ist, wie lange hält die Angel, ne? Das ist die Frage. Ich muss noch ein bisschen verheiratet machen. Ich habe kein Gewinn gemacht. Ich habe ein Leben gehört, dass ich nicht verheiratet habe, denn als einige Leute verheiratet werden. Das habe ich mir gedacht. Sie haben sich über jede Garnerschaft von Tagern auf den Tagern angeboten. Ich habe eine Gotta- gewöhnen Tagern die Schwerken für die Gutes. Wir arbeiten, oder? und Tavernenverwaltung Musik? Keine Ein Diebkoch? Ein Diebkoch? Lehrling Lehrling Koch Vielleicht reicht das ja, wenn ich den hier verwalten So, jetzt habe ich 5 weniger kosten eigentlich Ich hoffe es funktioniert Alle Alkoholproduktion Also alles die gleichen, das Problem Äh, hier raus gehen LB Und dann Äh Ich werde es verkaufen, ne? Nein Äh Verkaufen kann man ja hier Äh, da oder da So Erstmal Nein So So Ich verkaufe mal ein bisschen was Was ist das denn? Stoff Oh, ein Schwert Wo hast du das denn gefunden? Vergift 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 Okay 8 Nochmal Zwei Weg Hier Und Ich habe noch Rüstung Hey, wo ist die denn her? Naja, mal gucken So So Jetzt habe ich 62 Mal gucken, ob ich das verkaufe 64 66 68 69 Wow 70 73 70 73 73 Das verkauf für 3 Das kann ich nicht verkaufen Das verkauf für 2 Das kann ich für 1 verkaufen, aber will ich nicht Infiziertes Blut Das kann ich für 2 verkaufen Fett Für 1 Das Schwert für 20 Wow Das ist einiges Was ist das ja? Und den da? Für 20 Das Schwert auch für 20 Okay Okay Kann ich etwas herstellen? Nein Ich habe keinen, der etwas herstellen kann So ein Scheiß Kann ich denn hier bei dem Spieltasser kaufen? Das hat ja besser für die Eisen zum Beispiel Ach, woher gibt's wer auch dafür? So Da gibt's noch 1 dafür und dafür 2 Okay Ich kann auch stehlen bei ihm, oder will ich das? Ich glaube nicht So So 2 behalte ich mal Das kann ich für 20 verkaufen, das ist schon viel Das kauft er für 3 Okay So Herstellen will ich ja nichts So Herstellen will ich ja nichts Ich habe hier überhaupt Kohle, Rohmaterial Einfach mal gucken Ich wollte ja Die Truppe Wo ist das denn? Schwert Schwert Ich habe zwar eine Ausrüstung hier, ne? Das ist bloß 8 Rüstung plus 8 Rüstung plus 8 Und plus 2 Das ist Man kann nicht ausrüsten Aber Schwert, was ist denn damit? Vergiftete kann das auch nicht ausrüsten. Ach man, kann ich das ergeben? Auch nicht. Okay, kann er das vielleicht? So, er kann das. So, kann ja auch das Schwert. Und der hat einen Kuppel. Das ist Plus 3, Vergiftung, Beschädigung, Schicklichkeit. Kann keine Waffe. Dieser, okay. Hat er auch erledigt. Er hier. Er hat einen Boden. Nein. Aber die Pferden überhaupt. Okay. Ne, nach Fall. Du nicht. Äh... Pumpe. Och der, der hat schon einen Rucksack. Okay, dann kriegst du doch das. So. Werkstatt. Kann ich keinen rein, warum ich kein Werk habe. Äh... Der wird aufgehört. Stuf, kann ich den Willenskraft. Kritische Treffer. Bewegung. Ne, doch, doch. Er hat auch noch mehr. Ne. Okay. Was soll ich sagen. Ja gut, da kann ich hier das machen, ne. Stufe 5, äh, Stufe 2. 2. 2. Tapferkei. Tapferer Sieg lernen. Ja. so wir gehen da rein und dann reicht das erst mal glaube ich noch kein gut gemacht oder okay Kann ich denn hier irgendeine Waffe geben? Anscheinend nicht. Schade eigentlich. Ich kann keine Waffen geben, das ist aber doof. So, 4 Leute haben wir jetzt. 1, 2, also 5 Leute doch eigentlich. Hä? 4 Gäste? 4 Gäste, also jetzt könnte ich 8 Gäste kriegen insgesamt. Ich würde gar nicht gewöhnen machen, gar nicht. Das ist eine Frage. 4 Gäste. 5 Gäste. 5 Gäste. Zurweisung. Aufheben. Oh. Ich weiß immer noch nicht, ob ich gewöhnen mache. Das ist das Problem. Was ist das? Ach hier, aber ich gewöhne noch nicht. Also eigentlich da. So. Was heißt? Ich weiß nicht, ob ich gewöhnen mache. Finanzen. 135. Da kann ich nichts machen, weil ich keine Musik habe. Keine Laute habe. Die muss ja verkaufen. Äh. Wo kriege ich denn Laute denn her? Ich will Laute kaufen. Säti. Zauber. Ja. Ja, ja. Ja. Du peakst. Gäste, ja. Du. Du. Der kann ich das nicht verkaufen? Kann ich ihm das verkaufen? Markt? Hast du die Leute gehabt? Barbierwerkzeug. Kein Lauter. Hast du eine Lauter? Ne, das ist immer. Wo ist das Gemüse? Du? Äh... Oh... Warum ist hier keine Lauter? Ich wollte eine Lauter haben. Hm... Okay. Keine Lauter. Keine Lauter. Und auch keine Lauter haben schon so viel verkauft. Ja, dann kann ich auch nichts hier. Ja... Arthurs. Gibt es da einen Lauter? You have your work cut out for you. Hm... Schmied hat ja auch keine Lauter, glaube ich. Hatte nur ein Schwerter gehabt. Gut. Du kannst meine Anvil benutzen. Ich kann auch deine Arme reparieren. Oh! Und ich will einen gewaltiger Schwerter. Wenn du das hast. Äh... Schmieden. Achso. Er kann zwar schmieden, aber nicht wirklich viel, ne? Also noch geht gar nichts, wie es aussieht. Du musst immer Schmied werden, ne? Und ich freue mich alle, wo sie dafür Sachen haben, ne? Ist das richtig? Eisen, Erz und Gläder. Toll. Hätte ich das gewusst. Egal. Okay. Eisen, Erz und Leder. Gut. Äh... Speichern wir erstmal. Und... Zurück zum Menü. Ja bitte. So, okay. So, das war das. 16 Minuten. Ich wollte gleich zu lange machen. Aber egal. So. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ein bisschen. Und ich sag bis bald. Äh... Und... Ciao, ciao. Dankeschön, dass ihr da wart. Tschüss. Tschüss. Ajoj, 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 ajoj. Tschüss. Tschüss. Tschüss.